Weil wir Oberösterreich lieben. Radio Oberösterreich. Weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich. Zeit zum Aufstehen. Guten Morgen, Oberösterreich. Guten Morgen, Oberösterreich. Guten Morgen, Oberösterreich. Mit Wolfgang Lehner und Katrin Wachauer. Reichestein. Scherling. Abtasen. Schwembach. Wiedersbach. Dürmikam. Wendersbach. Heberburg. Sie hören uns, wir wollen Sie sehen. Ja, es ist soweit. Viel ist neu ab heute. Wir starten hinein in die neue Woche und hören uns etwas verändert an. Also noch frischer und noch ausgeschlafener. Ja, und wir stürzen uns hinein in diesen 8. Mai. Weil wir Oberösterreich lieben. Guten Morgen, Oberösterreich. Guten Morgen, Oberösterreich. Mit Wolfgang Lehner und Katrin Wachauer. Weil wir Oberösterreich lieben. Weil wir Musik lieben. Guten Morgen, Oberösterreich. ORF Radio Oberösterreich. Nachrichten aus Ihrem Bundesland. Ja, dort ist ORF Radio Oberösterreich mit dem besten Verkehrsservice im Land um 4 Minuten nach halb 6. Und Sie kommen derzeit ohne Probleme voran. Gute Fahrt in die neue Woche. Und einen schönen guten Morgen. So ist es. Weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich. Weil wir Oberösterreich lieben. Radio Oberösterreich. ORF Radio Oberösterreich. Die Nachrichten. Es ist 11 Uhr. Es wird, es wird beim Oberösterreich-Wetter. Isabella Miniberger. Ja, schön langsam kommt die Sonne heraus. Sie scheint bereits im Mühlviertel. Kollerschlag meldet 8 Grad. Freistaat 10 Grad. Auch in Linz hält es auf bei 11 Grad. Radio Oberösterreich mit dem besten Verkehrsservice im Land. Und guten Nachrichten. Momentan ist alles ruhig. Gute Fahrt. Die folgende Sendung enthält Produktplatzierungen. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich bei der Arbeit. Mit Petra Lehner. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich. Weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich bei der Arbeit. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich von 2 bis 3 mit Günter Madlberger. Willkommen an diesem freundlichen und fröhlichen Nachmittag hier bei uns in Radio Oberösterreich. Wir schicken viele, viele Hits ins Land. Zum Beispiel grüßen wir Auerholz Münster mit einem Kräftigen. Und der ERV in Vornach zu hören. Milli Vanilli. Und der Frühlingsnachmittag in Lausa klingt so. Joe Kauker und Jennifer Warns. Grüßet ins ganze Land, weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich. Weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich. Gesungen und gespült mit Gerhard Fluch. Weil wir Oberösterreich lieben. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Oberösterreich von 9 bis 10. Radio Oberösterreich. Weil wir Musik lieben. Das Wochenende mit den besten Love-Songs. Weil wir Musik lieben. Mit Liebesliedern, die direkt ins Herz gehen. Ein ganzes Wochenende lang. So klingt Liebe. Die besten Love-Songs. Ein ganzes Wochenende lang. Ein ganzes Wochenende lang. van wir Musik lieben. Radio Oberösterreich. Radio Oberösterreich. 주세요 بиб Ontstil�ی. of dasaus hes mai Untertitelung des ZDF, 2020